Hunde müssen draußen bleiben. In den letzten Tagen kam es in den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung wiederholt zum Missverständnis zwischen Hundehaltenden und dem Empfangspersonal. Tiere sind im Rathaus und an anderen Standorten der Stadtverwaltung nicht gestattet. Aufgrund aktueller Beschwerden weist die Stadt noch einmal auf die Hausordnung hin. Hunde und andere Tiere müssen beim Besuch des Rathauses leider draußen bleiben. Ausnahmen bilden Blindenführhunde, Behindertenbegleithunde und Polizeihunde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017